Aber läuft! Kannst du später machen, Aufnahmen bei den Gegner. Wieso? Was macht ihr denn? Insel der verlorenen Soldaten. Könnt ihr Abkürzung nehmen. Nein! Ja doch, können wir auch. Ok, jetzt drückt von denen natürlich keiner Escape. Ich hab ihn gemacht. Köder muss ich machen. Ja, Köder, dann kannst du durch die Zaun hüpfen. Dann weiß er doch bestimmt selber, oder? Boah. Der pennt schon wieder. Wer ich ist. Ja. Ich glaub der 500er, der hat das noch nicht gesehen, weil der guckt sich, glaub ich, jedes Video grad hier an, ey. MAN! Also wirklich. Hast du Speed an? Was hast du gefunden? Wie eklig. Hast du Speed an? Warte, der andere. War ja beim Datenrekord erkannt. Ach du bist da? Mein Datenrauter. Okay, der Anfang ist halt langweilig jetzt. Lol. Peter and Adon. Ich wollte nicht, dass er mich verletzt. Alter. Ich bin einfach so. Das war wohl dieser Psycho-Pack. Nein, das war deine Mutter. Ey, nicht ein Pen mit drin, ne? Pepp Gun. Pepp Gun, ja. Pepp Gun Killer Hummel, alter. Wo ist die Straße? Ey, weil mir zeigst du keine Mini-Karte nicht an. Na jetzt. Diese Bugs, die gehen mir so auf den Sack, man. Ach scheiße, Leute. Okay, auf Arbeitsverfahren heute. Juhu. Beides abträgt, der geht runter. Super, ey. Das ist gut. Good work. Hier verschwende ich aber noch keinen Köder. Obwohl, wo bleibt denn ihr? Ach, lebt mich. Ich hab ihn kurz den... Dann geh ich ihm durch, schon. ... den Rekorder gezeigt. Aber ich glaub, der guckt hat selbst in YouTube-Videos oder so. Wie du, hilfst denn? Die zeigen, wo die Dinger sind, ja. Soll im Internet gucken. Ich weiß, wo die alle sind. Weißt du's? Okay. Neuer Plan. Ich erinnere mich an, auf den Datenerikorail schon mal nicht da. Ich hab meinen Arsch. Ich hab meinen Arsch verwirrt. Ich hab den Arsch verwirrt. Ich hab einen Arsch. Darf man mich noch hinkrammischen? Ein Arsch. Unch. Du da wirst du nicht mit dem Köder oder was? Ein Köder. Ja, ja. Yeah! ein vb vb ps 30 durchschläger gekriegt die anderen sind alle noch draußen oder was ja ich glaube der mutter vorjahr dazu geguckt war ich habe gerade ein lagerplatz gefunden sieht aus wie ein friedhof mindestens ein dutzend leute ich melde mich ein klarer sonnen gut aber nicht lange arbeiten auch immer kurz Was macht er? Wo bleibst du? Ich geh mit denen laufen da So langsam Ich Brenne, Ich Brenne Alter, geh doch da hoch Jajaja Ach man Ja, 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 ach, Mann! Wo macht's denn da? Ich will die Abkürzung laufen. Will das da? Ja, ja, na, no... Ja, 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 ja! Ach, scheiße! Ey... Dann da, dann da. Alter, was ist denn los hier? Mein du... Oh, ey... Ich bin dein Freund! Ich bin dann so hier... ich erinnere mich an die Stelle du mich so ein bisschen schnell ach man ey hallo mann es muss schon ja endlich so ich hab's auch in das Recht wofür hältst du dich mich zu verurteilen weiß ich wenn ich ins Video gehe wofür 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 schnell noch mal Munition für den Big Boomer nehmen so du möchtest da nicht rein gehen sag mir nicht was ich will Vogel ich bring dich um du verhinsinniger! Tote, lauf nicht weg! Er hat nur nichts zufrieden, du armer Irrer! Ich bin mit dem Lieutenant beschäftigt. Ihr müsst die Tür schon selber aufmachen. Warten wir dann, bis die herkommen? Gucken wir mal! Wir warten, gell? Ja, wir warten unten, oder? Ja. Ohne die kommen wir ja sowieso nicht rein. Ach, die haben die Abgründung gar nicht genutzt, ne? Oh. Ach, doch, einer hat's, kannte die auch wahrscheinlich, ne? Hey! Also treffe ich den nicht. Ach, wie war das denn hier nochmal da, da? Hier, so, dann am Schein vorbei. Ey, Alter! Ich glaube, das geht mit dem Speedhack nicht, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich, weil das zu schnell ist, ja. Scheiße, soweit komme ich gar nicht. Kommst du bis nach oben hoch, ne, ne? Auch nicht. Weil es auf jeden Fall, dass ich da durchfahre. Ja, toll, und wie komme ich jetzt zurück? Das geht schon irgendwie. Ja, ja, muss ich umbringen und dann zu mir teleportieren. Ah, ja, genau. Weil der unten ist ja noch nix. Und müssen geläutert werden. Hier habe ich in der letzten Mission, habe ich mich immer da drauf gestellt auf den Zahn. Auf den Zahn, ja, ja, von da, hier, da. Hier runter geguckt, dann sind hier die ganzen... Fischer schon bekommen ja ja genau das kenne ich auch noch wie das reicht nicht alter aus erreichen ja ich werde aber keine freunde war es ich frau kann ich habe ich konnte mich da hoch zu gehen weiter da oben erwischt ich gar nichts keine schlitte und lauten die Kapolizierung die hat schön lecker nur die Juden eher 1500 da unten 746 er habe ich mich gut für den Nürnberg da eben noch ein 500 aber es sei aus der Auslösung wahrscheinlich braucht er noch genau den so richten wir mal den ich musste gerade mal den dings wieder weg können damit kommst du auch auf manchen hier multiplayer maps dahinter zäune und sowas ist auch geil genau so passt das habe ich ja schon beherrschung auf dem ding drauf big boomer ja mal 1,04 schaden auch ich glaube das ist nicht schlecht oder auf dem big boomer raus auf jeden fall 1,05 habe ich als beherrschung mal 1,04 schaden das ist kacki du musst noch mal zurücksicht gibt es den denn als 1,05 überhaupt das geht auf orange das ist ein lila sozusagen in der beherrschung ok wenn du 0,01 noch haben muss auf jeden fall noch mal bringen die was mal ganz ehrlich jetzt bringt dieses 0,01 was ja klar das bringt mehr damage merklichen damage ja aber man sieht es doch nicht wirklich kann das so viel sein ja das ist schon viel wenn du naja gut ich sehe es ja an deinem 100 mehr 10 10 mehr ja und jetzt machst du 10.000 das sind 100 dann machst du noch mal 300 schaden wir machen es ganz anders kommt gibt mir mein big boomer zurück los den müssen wir die tage erstmal leihen für pvp ich will da auch mal so richtig rapprocken er braucht die soll mir seine multischuss geben er braucht die eh nicht mit den multischuss er braucht nicht du noch gerade das angekommen wo bleiben die zweite doch hier meine frau ist auf die auge geben das ist das mal ruhe alter ist wieso nie was der john ist gerade wieder gekommen er sagen